so neue aufnahme session wir sind wieder da da wo ich euch das letzte ende gezeigt habe geht es jetzt weiter wieder mit dabei lasse lasse hallo was steht für heute an ich habe gesagt ich will mal die ganzen craftings durchgehen dann wollen wir mal gucken was wir hier machen können eine glocke da brauchen wir pilze für irgendwelche steine und ich habe die tassen belegungen immer noch nicht drauf na gut so guck mal hier kann man auch so ein schönes licht bauen wieder lasse pilze einfach nur stone extractor to extract or from notes ich will jetzt ein tier themen einfach tier themen so hat noch ein paar neue kisten ist das hier ist dann das dorn ja so da hatte ich irgendwo mein quark so schön alles anziehen dann ziehen wir uns an so 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 und jetzt gucken wir mal was ich will ein tierchen themen das sind also die falschen steine hilfe ich verlaufe mich jedes mal sind das die richtigen steine nein sind auch nicht die richtigen steine welche steine braucht man denn da einfach nur stone ja das sind die wo sie überall meistens in höhlen sind oder wie du so aus deiner mine da hinten immer holst limestone stone 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 gefunden so was brauchen wir denn sonst noch wir brauchen drei von den komischen gammelpilzen welches ist das ist egal echt ja warte mal kurz wenn du mal ähm drauf gehst siehst du unten an den pilzen so kleinen so kleinen peilchen man könnte dann noch durchwechseln aha wie komme ich da jetzt hin ah da ah ok wo ist denn jetzt unsere biologity kiste hast du die nicht über unsere arcane kiste gestellt über unsere da da oben hm keine pilze muss ich pilze sammeln ok was brauche ich noch ich brauche noch die komischen stein sticks hm irgendwie keine mehr da pilze sind hier oben in der kiste wie jetzt pilze 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 und tnt jetzt brauche ich noch irgendwelche komischen blauen blumen oder ist das ah ich kann da auch die gammelgums für nehmen so und jetzt brauche ich noch zwei sticks ich weiß da hatte ich mal welche von gemacht die müssen ja irgendwo rumfliegen ok woraus macht man die sticks die stone road hatte ich gemacht wo sind sie nur hin hm hier sind sie auch nicht mehr da müssen wir uns welche sägen ja machen wir uns mal welche ich bin ja gerade noch ein bisschen die bude ne ich weiß aber ich muss mich jetzt mal bin noch nicht so ein pro wie du ich muss mich da mal dranhängen so fertig ne noch nicht ganz jetzt aber so jetzt bauen wir uns so ein glöckchen und jetzt gehen wir ein tierchen team soll ich mitkommen und dich vor bösen nachtkreaturen beschützen da ist ja was das will ich haben jetzt läuft es weg oder was ist das dann gehen und rechtsklick gedrückt halten gut ach warum immer die falsche taste ich trololo na wo ist denn jetzt mein chameleon da hinten dran komm her ich geb dir ein schönes zu hause boah ist ja noch nerviger als den ark hey ich hab ja gerade den arsch gerettet ich mauer das ding gleich ein hinter dir hinter dir boah es fängt ja immer wieder von neuen an solche schweine sind einfach zu tippen weil die greifen dich dann an wo ist er denn jetzt hin wie bist du da hoch gekommen du haben wir zwei blöcke hochhüpfen na aber ich nicht doch ja nicht da da waren es drei moment mal jetzt habe ich aber die faxen dicke ja jetzt baue ich den ein holen wir gerade ein paar steinchen ah ah Mh? Aktik-Neroal. Aha. So, jetzt weißt du nicht, was ich von dir will. Noch ein für. Den nehmen wir noch weg. Da setzen wir noch was. So. Nein. Jetzt ist er doch wieder abgehauen. So kack. So schön die Mühe gegeben. Oh, jetzt habe ich ihn verprügelt. Oh, keine Angst, die Taming-Effizienz geht nicht so runter wie nach. Ja, leider doch. Nein, nimmt sie gar nicht. Geschafft. Hey, er hat ja nie viel getimed. Juhu. Unser erstes Haustier kann ich dem auch einen Namen geben. Warum folgt der mir nicht? Mach hinten hier hin, mach rechtsklick und dann und follow. Follow? Follow! Ich bin zu tief gefallen. Oh. Uncool. Autsch. Na komm. Na komm. Ach, der geht den langen Weg. Der ist nicht so doof. Der fällt nicht. Na komm. Na komm. Na komm. Ja feines kleines Ding. Kann ich dir auch einen Namen geben? Nee, kann ich nicht. Kam mit, Leafy. Gehst du jetzt zu deinem Freund? Wutfens. Pixie. Pixie, genau. Komm her. Ja komm. So ist fein. Komm rein. Hoppa. So. Und stay. So. Der braucht langsam Fuller, ne? Mhm. Haben wir irgendwas zum Kauen verdienen? Lasse Dürf Stature Declaim it. Okay. Ah. Ins. Okay. Hier ist schon alles abgeerntet. Mal gucken. Vielleicht frisst er das hier. So. Du siehst doch, was da ist. Ah. So guck. Na toll. Verwöhnt ist da. Drecks wie ich. Hahaha. Ui. So. Jetzt haben wir ein Teil gecraftet. Mal gucken, was wir noch so basteln können. Einiges. So. Was ist das denn hier? White Bacon. Aha. Was ist das denn cool? Das ist ein Teleporter. Kann ich ja doch bauen. Der ist ja voll billig. Oh. Was ist das denn hier? Aha. Wir können noch einen Teleporter bauen. Was? Obsidian Slap. So. 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 um noch mehr so in diesen komischen axt zu bekommen 2 4 6 18 12 dann brauchen wir noch sechs stones lobs 6 aber wir brauchen acht also 16 also ok dann müssen wir noch stone irgendwo herkrallen nein limestone ist falsch obsidian slabs rechnen wir den hier ab stone slap die können wir doch eigentlich auch sägen so wo ist der teleporter da unten ich habe schon zwei ok mich doch verzählt supi teleporter die was ok wie kann ich jetzt die teleporter siehst du geht doch da ist ein teleporter für dich in der kiste so wollte sie den teleporter nehmen ich bin wieder da sind in der aufnahme kreatives ach so störe ich wenn du mit spielst nicht kostet nichts kannst runterladen ich bin schon irgendwie krass was denn das nächste was wir uns bauen können müssen an mining zelle ist eine diamant ja ja wir müssen erst mal diamanten finden ja richtig das ist wohl richtig ach ich wollte eigentlich in die andere mine und wollte da den teleporter setzen kann man die teleporter benennen weiß ich nicht die habe ich mich als gerade eben wusste ich noch gar nicht dass es die überhaupt gibt ja ich habe die eingebaut in der kiste hast du gesehen ne mhm oh gibt wieder korallen ach guck mal hier habe ich eine chest übersehen ach vier mining cells und ein aroma hazard war da drin what nein das sind ganz viele böse dinger aber nicht nur wenig ganz viele so hm das sind ganz viele böse dinger aber nicht ganz viele so also sind es jetzt viele oder nicht ganz viele also in der höhle sind ganz viele böse 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 dinger das habe ich das habe ich das habe ich ich glaube ich werde da ein paar von den neuen super lichtern reinbauen aber erstmal würde ich gerne meinen teleporter da platzieren auch meine augen ach du bist schon da unten am die feinden ich bin schon unterwegs hier unten geht es aber noch weiter da kamen die nämlich her ich bin geflüchtet muss ich erstmal an meine urne kommen vergisst es so schnell mal ein teleporter gepflanzt jetzt teleporter ist gesetzt kann man ihn jetzt umbenennen es ist portal code teleport heiß 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 so ok ok den muss man also irgendwie ich glaube man braucht beide teleporter hm was ne nicht craft naja vielleicht weil ich hier bin kann ich den jetzt nicht benutzen ich glaube ich nicht und wenn ja setzt ihn zu hause hin probieren wir es mal ab so teleporter code 1 1 0 ja da muss der zu hause wahrscheinlich hin dann nehmen den auf hey was ist denn jetzt gemacht einfach nur reingelaufen jo ja geil dann muss der nach hause oh dann setze ich den mal zu hause hin warte mal ich tue die sind ja eigentlich gar nicht teuer wir können eigentlich die ganze map vernetzen jup ich teleportier mal schnell nach hause und dann kannst du mal gucken ob du da durchjumpen kannst so ok dann komm mal kommst du ja endlich zu hause yeah das macht sinn oder hui zu hause können wir dann ganzen raum machen wo wir die teleporter einzeln hinstellen zu jeweiligen ziehen richtig vor einigen sind die ja auch schneller als die anderen teleporter ne ja da muss man nicht fünf sekunden warten bis ein weg immer wegbiegen dann baue ich jetzt noch zwei und dann äh bauen wir den einen da in der wüste auf da wo du am strand der ist bestell dann kannst du deinen nämlich wieder aufnehmen oder ja bestimmt besser ich brauche noch sloppels und stickys ich könnte schwören da wären nur welche gewesen denn los ja 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 habe ich